Hi Leute, willkommen zurück zu Pokémon Black 2. So, wir sind hier stehen geblieben. Wir haben jetzt einen Magneson im Team und darf einen Heiler. Ey, ich hasse, dass es jetzt... So. Nein! Was mache ich da? Ich wollte... Im Beutel. Top Schuss. So, dann gehen wir erstmal den Heiler da ansprechen. Hallo? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Übertrag? Ich wusste gar nicht, dass die sowas können. Komm schon! Ach, Evo-Zep, ey. Sonst enttäusche ich mich doch nie. So, das haben wir echt gebraucht. Auch eine Heilung. Und... Erstmal, bevor wir hier weiter gehen, möchte ich gucken, ob es das hier so gibt. Okay, nee, das ist ein Trainer. Nee, na, dieses... Irgendwie mag ich das Pokémon nicht. Es sieht zwar süß aus, aber irgendwie... Jetzt verlieb dich nicht, bitte. Ist das Scham, die er tackl? Nee, das, was andere ist. Nee. Ach, du bist es. Und tschüssi. Falls Kano das überlebt. Wieso? Anton, jetzt bist du mal an der Reihe. Dich haben wir schon lange mit mir im Kampf gesehen. Komm schon, zeig uns deine Attablet-Surfer. Oh, schon beim Mal. Steinhardel. Eisen. Ich hab'n Top-Schutz dann. Top-Schutz. Ja, auch wenn's auf 30 ist. Top-Schutz, sag' ich mal dazu. So, reimen wir noch mal kurz die Pokémon. Da ist auch Belle. Ich find' den Goldart. Können wir Magneton einsetzen. Mal gucken, dass dies so aussieht. Mir gefällt aber Magneton, also von der Form besser. So nebenbei. So, Wenn ich dich schon wiederholt habe, ist es etwas Schürfisch in der Suche. So, wenn man einen Unterschied hat, die Splendidon ist. So, die Flammeuer war es dann auch vorbei. between die Flammeuer und die Flammeuer schlägt Wheel und die Flamme von der Flamme bei der Flammeuze. So ist es, dass ich keine Flamme wurde, solicking die Flamme, mit der Flamme 2. So kann ich dich nicht. So, diese Flammeuze ist ein Haus. So, war schon für mich jetzt. Socirmeuer wird, dann auch für mich. Soll es diesen Flammeuze kommt dann wieder. Unbelieber. Habe ich schon welche, also nichts besonderes. So, wir könnten hier reingehen, bevor wir Bell ansprechen, das machen wir ja noch. Okay, das war doch genau. Komm schon. Okay, danke, jetzt ist meine Vollkacke noch stärker. Heimzahlung, mal gucken. 70, Bodycheck, 90, Feuerzahlung, 65, Flammerath, wir könnten das gegen Flammerathen machen. Okay, ich muss erstmal den Pokéball. Oh, Donnerstein. Okay, ich muss erstmal den Pokéball. Ich muss den Weg zum überhaupt kurz aus. Okay, Fakhan hat es sowieso nicht überlebt. Also, entern Herkhan. Alter, was ist das für eine Attacke? Agro irgendwas. Nee. Schaufler. Oh, nee, ein Schale muss ausfragen. Ich habe einen Top-Schutz, so nebenbei. Lass mich verlichten. Okay. So, hier gab es noch einen anderen Trainer. Oh, ein Onix. Okay, wie viel? Geht denn drumherum? Nee, Ente geht gar nicht mehr. Hm, dann Zappy. Oh, so Zappy entwickelt sich noch. Zappy, es ist noch ein Evo. Zappy, noch kein Zappy. Oh, nein. Das fällt meiner als erster Attacke für Syrer Leben. Okay. 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 So, hier sehen wir die im Wind los. Hm. Ach, so nebenbei, es gibt ja schon Bilder von der nächsten, oh, Metall waren so cool, nächsten Pokémon Edition, was habe ich erfahren? Man braucht ein 3DS. Das heißt, ich muss mir jetzt extra ein 3DS kaufen. Aber Pokémon, also es lohnt sich für Pokémon. Was würde ich machen? Aber mal gucken, wann ich mir den hole. Aber die neuen Starter-Pokémon sehen eigentlich nicht schlecht aus und das ist wieder ein 3er-Kampf. Och nee, ey. Jetzt mal alle aufbissbar, ey, weil ich das überhaupt nicht mag. Steinhaken. Ich dachte Steinhaken geht jetzt auf alle oder so. Schaufler, ich darf auch nicht so jetzt ankäufen, oder? Bitte, 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 bitte. Hm. Ach, scheiße, jetzt müssen wir schnell besiegen. Warte mal, das ist doch wohl ein Ding, das heißt, ich müsste kurz wechseln. Lokum, ne? Jetzt kommt mir dieses Pokémon an, ey. Was soll ich noch zur Auswahl? Mal hier zurückgehen? Komm mal spielen. Ich hoffe, es wechselt nicht zu Bismarck dann. Und ich würde sagen, Durchbruch. Ach, nee. Ich bin jetzt auch noch verwirrt. Ach, nee. Ey, der kann vielleicht nicht gut. Ich würde mich noch so schnell zurückhaben. Ich würde dir Конsträcent schrecken. Gut gemacht. So, ich wechsel jetzt auch. Zu. Zephyrion. Quatsch. So, jetzt war's auch von dieser Route, sag ich mal, so diesen, diesen Durchgang. So, ich geh auch schnell an Pokémon. Oh nein, nein. Geht das nicht mehr, oder was? Dann halt nicht. Belle. Also, was machst du hier? Ach, wir sind noch nicht durch. Shit. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Magma, shit, shit, shit. Nein, ich hätte auswechslende Zonen, scheiße. Shit, shit, ey, was habe ich dazu? Slam. Das geht auf mich viel ab. Ich brauche echt ein Dings, ich brauche jetzt einen Heiler. Sappy, triff bitte mit Slam. Toll. Du Feuerschlaf. Magnesium. Oh, ich werde Dings belegen. Eintorn. Wo bist du denn noch da? Oh, bitte. Entrummenglofeil. 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 Er hat Kreatus mit angefallen. Ach, Entrum, Entrum, Entrum. Bitte, triffst du jetzt? Bitte, 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 bitte. So was könnte mich so machen. Wenn ich jetzt stärker entlang, gibt's eher mal sowas von. Nein, ich habe verloren. Mann, ich kann's nicht glauben. Ich. Ich habe tatsächlich verloren, ey. Okay. Ich würde sagen, ich werde dann hier den Papa in, Leute. Und wir sehen uns dann gleich bei dieser Stelle in der Elektrolithöhle. Bis gleich.